Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Collectiverse, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ich hoffe ihr seid gut reingerutscht und wie ihr hört, ich bin immer noch etwas erkältet, meine Stimme ist noch nicht so ganz da, aber naja, muss halt irgendwie weiter gehen, ne? Ja und heute zeige ich euch aus der Transformers War for Cybertron Siege Reihe, Impactor aus der Deluxe Klasse und das ist tatsächlich nicht die erste Figur von Impactor, es gab mal ein Repaint innerhalb der Transformers Generations War for Cybertron, äh Fall of Cybertron Reihe, ähm, dort war er ein Remold von Deluxe Klasse Onslaught, der sich dann mit den anderen ähm, Wreckers zu Ruination verbinden lassen konnte und ja, jetzt hat er halt, äh, diesen Fanvote gewonnen, den es vor einiger Zeit gab, zusammen mit seinem Wellenkollegen, äh, Mirage, äh, zudem gab es noch ein Dreierset, wo dann halt, ähm, war es jetzt, äh, Cock, ich glaube ja, ähm, ein Repaint von Cock, ähm, ein Repaint von ihm hier mit, äh, Comic-akkuraterem Gesicht und, ähm, Mirage in einer, ähm, blau-transparenten Version, auch mit anderem, ähm, Kopf, der, der, ähm, Action-Figur aus den 80ern nachempfunden wurde. Ja, und Impactor hat halt, ähm, in diesem Dreierset ein paar andere Farbapplikationen, hat zum Beispiel hier so, wie so Absperrband quasi, ähm, an ein paar Stellen und er hat nicht das Autobot-Symbol, sondern das Decepticon-Symbol, ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal die IDW-Comics gelesen, da wurde darauf Bezug genommen, müsste ich jetzt, wie es genau als war, nochmal raussuchen, ähm, sonst, wenn ich dran denke, verlinke ich hier unten in der Video-Info, den Artikel von TF-Wiki. Ja, und, ähm, Impactor verwandelt sich offensichtlich in einen Panzer und, kurzer Blick auf die Verpackung noch, da haben wir nämlich hier nochmal ein schickes Artwork von Impactor und, ähm, ich hab jetzt normalerweise die Schalter von den Lampen, von den Studiolampen, etwas weiter hinten stehen, deswegen komm ich jetzt nicht so gut ran, aber es sollte in der Theorie auch halbwegs so funktionieren. Ja, hier sieht man Transformers-Schriftzug und hier wieder die Zeichen und, ähm, gewohnte Spielerei halt. Ja, und hier hat man auch einen kleinen Vermerk, Fanvote, Select, äh, Fanvote gewählt, achso, von den Fans gewählt, ja. Selection de Expert, ähm, und auf Spanisch und sowieso überhaupt hier, Artwork, bla, hier Rückseite, da seht ihr halt Impactor im Rorte-Modus, 14 Schritte sind nötig und, ähm, ja, sonst halt gewohntes Zeug, ne, kennt ihr. So, Impactor, wie gesagt, verwandelt sich in einen Panzer, ähm, hauptsächlich gelb und lila mit ein paar grauen Details, ähm, was ich sehr gut finde, was ich auch direkt am Anfang halt merken muss, ist, dass man diese Turret hier, diesen Geschützturm, drehen kann. Das ist schon mal ein sehr großes Plus. Das liegt daran, dass man halt hier eben den Taillen-Rotationspunkt des Roboter-Modus nutzt, ähm, finde ich sehr gut. Ähm, sonst haben wir halt hier oben seinen kleinen Widerhaken, den man halt eben hier oben drauf stecken kann. Hat halt auch hier diesen Mini-Port für, wo haben wir sie denn? Guck mal her, für hier so Waffeneffekte. Passt auch hier dran wunderbar, so. Und, ähm, halt seine zweite Waffe ist hier diese, dieses, ähm, diese Kanone, die halt eben dann im Fahrzeug-Modus halt hier angebracht ist. Ähm, wir haben hier ein bisschen Damage Paint, ähm, nämlich halt hier über den, ähm, Panzerketten hier vorne etwas. Und halt auch hier diese Krallen sind silbern bemalt. Sieht soweit gut aus. Macht eine gute Figur. Ich mache auch hier die Form des, ähm, des Blasters hier oben. Sieht sehr gut aus. Und ja auch hier wieder massig Möglichkeiten halt irgendwas dran zu stecken und hier so seine kleinen Experimente durchzuführen. Größenmäßig, ja, im Fahrzeug-Modus ist er ein bisschen, ja, ein bisschen fülliger als, äh, seine, sein Wave-Kollege, ähm, Mirage zum Beispiel. Oder, jetzt mal vergleicht noch hierzu, Sideswipe. Merken wir schon, der ist so ein bisschen bulliger. So, weg mit euch. Transformation ist, ähm, relativ einfach, wie gesagt, 14 Schritte. Ich fange damit an, dass ich hier diese Teile löse. Ja, komm schon. Ah, das ist auch relativ gut alles. Klappe das jetzt soweit erstmal ein bisschen nach unten. Kann jetzt hier Oberkörper und Unterkörper zusammenklappen. Hackt schön ein. So, und klappe jetzt hier diese Sektion runter. Nehme die Beine auseinander. Und kann das jetzt hier so reinklappen. Und so. Dann nächster Schritt ist, dass wir die Füße ausklappen. Ist auch relativ easy. Braucht ihr keine Angst vor haben. So. Dann braucht es hier ein bisschen Kraftaufwand, um halt hier diese Verbindung zwischen, ähm, Armen und Kanone zu lösen. Und dann klappt man die Arme so seitlich raus. Kann ich jetzt natürlich auch hier die Knarre abnehmen. So. Jetzt wird das hier runter geklappt. Bildet somit die Brust des Roboters. Das hier. Die Unterarme um 180 Grad drehen. So, jetzt klappe ich hier die Faust aus. Kann ich hier auf der Seite auch. Der hat zwei Hände. Oder aber ich kann die rechte Faust drin lassen. Und hier diesen Widerhaken dran stecken. Und habe halt hier diesen Comic akkurateren Look. So. Hier diese Knarre wird jetzt auf Seite gedreht. Ist auch ziemlich intelligent gemacht eigentlich. Finde ich cool. Und der Kopf wird rausgeklappt. Der sitzt bei mir ziemlich, ziemlich fest. Also brauche ich immer ein bisschen Hilfsmittel. Und passenderweise kann man hier mit dem Widerhaken sehr gut den Kopf rausfuddeln. So. 180 Grad drehen. Klappe zu. Affe tot. Und so. Und fertig ist Impactor im Rohrtermodus. Jetzt kriegt er natürlich noch seine Knarre. So. Und fertig ist er. Sieht auf jeden Fall im Rohrtermodus ganz nett aus. Macht nichts falsch. Finde ich. Ähm, hat eine, zumindest optisch, ähm, macht, äh, hat eine sehr, wie soll ich sagen, kräftige Statur. Ist auch sehr groß. Zeige ich gleich mit einem Größenvergleich. Und, ähm, auch der Kopf gefällt mir sehr gut. Die Farbapplikationen sind gut. Hier haben wir das Autobot Symbol. Wirkt natürlich, äh, ein bisschen interessant dadurch, dass es halt eben, äh, nicht, äh, ausgefüllt ist die Farbe, sondern dass es halt nur diese silberne Umrisse sind. Dadurch haben wir jetzt ein lilanes Autobot Symbol. Sieht gut aus. Und, ähm, Rückseite. Also wirklich, man hat hier möglichst auf Kibbel verzichtet. Finde ich sehr gut. Ähm, allerdings was mich etwas stört, ist das halt hier diese, naja, hier auf der Seite sitzt es ein bisschen fester, aber ich finde halt hier ist es halt doch sehr wackelig. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also das hätte ich mir gerne ein bisschen fester gewünscht und halt halt irgendwie noch ein Pin, der das Ganze halt noch feststeckt oder so. Ähm, weil es ist mir ein bisschen zu wackelig. Gerade wenn man halt jetzt irgendwie die Füße mal auf Seite klappt, dann hat man hier halt wieder mehr Bewegungsspielraum. Ja, gut, so weit klappt man die Füße natürlich eher nicht. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Natürlich kann halt eben auch breitere Posen einnehmen. Füße machen das mit. Wunderbar. Und Beweglichkeit ist auf ziemlich gutem Niveau, wie man es halt eben von den Siegefiguren gewöhnt ist. 90 Grad Knie. Teilchenrotationen sitzen ein bisschen weiter höher. Also es halten wirklich mehr so Torso-Rotation. Transformationsbedingt. Aber immerhin hat man halt hier ein Rotationsgelenk eingepackt. So dann halt Schultern. Keine Probleme. Ellenbogen. Gute 90 Grad. Kopf ist natürlich auf Kugel. Also soweit nix zu meckern in der Hinsichtbeweglichkeit. Und ähm, was wollte ich ihm eben noch gezeigt haben. Ja, er hat halt auch hier wieder viele Möglichkeiten als Gedöns anzustecken. Zum Beispiel hier oben auf der Brust ist halt so ein kleiner Port, um halt eben Waffeneffekte anzuklippen. Oder hier. Oder, ne, das ist hier in den Schultern. Und ähm, finde ich schon ziemlich gelungen. Und natürlich auch jetzt irgendwie die Weaponizer oder halt eben andere Waffen kann man halt hier an den Seiten feststecken. Hier unten drunter sind Steckplätze. An den Armen hier. Hier oben auf der Kanone ist noch. Auf dem Rücken ist noch. Hier kann man halt eine Flugbase dran stecken. Alles wunderbar. So, jetzt habe ich euch natürlich auch einen Größenvergleich versprochen. Den gibt's jetzt mit Ironhide. Ich dachte mir, stehen auch mal zwei relativ große Kerle nebeneinander. Und ihr seht schon, dass, äh, Impactor sich da für Ironhide nicht verstecken braucht. Also sie sind, äh, relativ gleich groß. Und ähm, ähm, geben da schon eine ganz gute bullige Figur ab. Also die beiden nebeneinander. Und da weiß was sind die Tanks. Die stehen ganz vorne und verteilen Schellen. Passt. Und, ähm, noch schnell einen Vergleich mit Optimus Prime. So. Ja, seht ihr schon. Also für eine Deluxe-Figur ist der wirklich wieder sehr groß geworden. Und das passt aber halt auch zum Impactor. Wie gesagt, der war, äh, Anführer der Wreckers, äh, die Autobots-Spezialanheit sozusagen, äh, das A-Team, wenn man's so nennen möchte. Und, ähm, da passt diese Präsenz halt schon wirklich sehr gut. Also wirklich ein sehr kräftiger Kerl. Ordentliche Bewaffnung. Halt hier auch wieder Steckplätze. Ähm, wirkt alles echt gut. Schön ist halt auch, dass wenn man jetzt hier die Fäuste drin hat, dass halt hier Steckplätze sind für Waffen. Also alles soweit gut ausgestattet. Kann ich nicht meckern. Nur wie gesagt, irgendwie, ähm, das mit den Beinen, diese Konstruktion hier mit den, ähm, diesen Platten hier, das ist mir zu wackelig, äh, nicht zu fest genug. Dafür ist im Fahrzeugmodus wirklich alles fest. Das ist alles, was soll. Und da hab ich nichts zu meckern. Ähm, sonst eine wirklich gelungene Figur. Also gerade für Fans von Impactor dürfte das ja wirklich ein Sano-Stückchen sein. Und, ähm, oder für Fans der IDW-Comics oder halt eben für Fans der Wreckers, ähm, kann ich durchaus sagen, zulegen. Der macht Bock, der Kerl. Und, ähm, ja, schickes Ding. Wie findet ihr Impactor? Habt ihr die Comics gelesen? Was sagt ihr zu den Wreckers? Äh, wer ist euer Lieblings-Wrecker? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr die Figur käuflich erwerben wollt, schaut hier in unsere Video-Info. Da ist der Link zu Actionfigur24, unserem Partner-Shop. Da könnt ihr das Kerlchen hier käuflich erwerben. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da. Macht die Klingel an. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeht. Und ich würde mich freuen, wir haben uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hoffentlich dann mit etwas besserer Stimme meinerseits. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal.